So, Foto. Schauen wir mal an. Gehen wir zurück. Haben wir hier noch was? Jupp. Ja, wunderbar. Der Leuchtturm scheint irgendwie etwas Besonderes zu sein. So, was gibt es denn hier? Ansehen, Kamera. Ja, genau. Ich versuche sie echt so total einzuschleimen und... So, angesehen haben wir sie. Der Fenster ansehen. Okay, Foto machen können wir aber nicht. Super. Gut, dann würde ich doch mal sagen... Gucken wir mal, ob wir Mr. Jefferson raiden können. Vorher sehen wir natürlich hier... Ja, kaputtes Ego würde ich sagen. Kaputtes Ego. So, ansehen. Äh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, gibt's hier noch was? Nein, ich glaub, hier sind wir durch. Gut, dann würd ich sagen... Können wir mit ihr nochmal reden? Ich will die irgendwie aufbauen. Ich will die wirklich irgendwie aufbauen. Das ist einfach nicht nett. Nee, ganz ehrlich, also... Ich will sie wirklich aufbauen. Da ist doch nix dabei. Hey. Hey. Das Schlimme sind immer die Leute, die dann über sowas lästern. Ist doch alles gut. Arme, 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 Arme Kate. So, ich hatte hier einen Namen vergessen. Ich bin halb meine, ich kann mir keinen Namen merken. Gut, ich denke, wir verlassen mal die Klasse. Wir sollten hier natürlich noch ein Foto einreichen und wir öffnen die Tür. Ja. Ja. Okay. So, also sie will ja auf den Ding gehen, aber wir schauen uns trotzdem erstmal Zeug an. Verschwunden aus Arcadia Bay, vermisst seit Montag, dem 22. April 2013. Sonstiges, Alter 19 Jahre, Größe 165 cm, Gewicht 50 kg, Haare in Blond, Augen Haselnussbrauen. Oh, schön. Tattoos eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite der Linden Handfläche, äh, Handgelenks. Sag mal, Rachel Amber, 19 Jahre, wenden Sie sich mit Informationen bitte an Sheriff Arcadia Bay, blablabla. Spende Blut! Die Blackwell Academy braucht frisches Blut. Nehmen wir an unsere Halloween Spendenaktion am 31. Oktober 2013 Teil. Das Beste Kostüm gewinnt einen Preis. Blackwell Sporthalle, zurück, zurück. Okay, in der Wissenschaftszahlen müssen wir jetzt nicht. Die schauen wir mal an. So. Okay, dann düsen wir hier mal lang. Da ist gerade nichts. Da ist gerade auch nichts. Können wir da schon rein? So, hier können wir noch was gucken. Okay. Poster Bolli Free. Ansehen. So, da ist Schließfach. Das können wir mal ansehen. Dann lassen wir den noch jetzt erstmal hinzu. Oder? Wir schauen mal, wer Justin ist. Hey. Ja. Ja, das kann man so sehen. Eben. Ja, dann schauen wir hier nochmal. Okay, dann gehen wir doch erstmal zu unserem Schließfach und gucken mal da. Was ist da? Science Class. Kommt man da rein? Nein, tun wir nicht. So, wir gucken mal unser Schließfach an, ob wir da irgendwas haben. Okay, also wir müssen wirklich den Korridor lang. Wie gesagt, ich möchte mir trotzdem alles angucken. Wie gesagt, wir können einfach... ...wähle ich ganz gerne alles angucken. So, ja, rennt mich halt um, alle. Hier gibt es noch ein Poster. Ansehen. Dann muss ich nämlich nicht auf die Halloween Party am Ende vom Oktober. schon wieder Rachel Amber. Amber, what so ever. Okay. Hier, Anschlagbrett ansehen. Okay. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und auf dem Tablet waren viele persönlichen Fotos meiner verstorbenen Katze. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Wörter ab. Blackwell Poverty Jam Auswahl am 5. Oktober um 15.15 Uhr in der Bücherei. Zum Verkauf. PC-Laptop voll ausgestattet. 600 Dollar oder bestes Angebot. Kontakt in die Blackwell Academy ED. Und zu Rick. Oh, Poster. Ansehen. Save Arcadia Bay. Rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert. Fische und Fauna eingeschlossen. Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt. Auch in Arcadia Bay. Erhebe deine Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Und auf Wiedersehen. So. Schon wieder Amber? Ich dachte, vielleicht gibt es auch neue. Ja, das frage ich mich auch. So. Auf der Seite gibt es noch was. Automat. Ansehen. Das stimmt allerdings. So. Ähm. Gunfrey Zone. Das stimmt allerdings. So. Büro des Direktors. Können wir nochmal gucken. Reihen müssen wir wahrscheinlich nicht. Okay. Karte. Äh. Karte. Ansehen. So. Wie gesagt, wir schauen uns immer erstmal um. Die Pause ist ganz schön lang, muss ich sagen. Okay, das Poster kennen wir eigentlich schon. Okay, sie mag die Halloween Party. Wahrscheinlich, weil sie sich verkleiden kann. So. Na komm, Samuel, ich möchte dich ansehen. Okay, was gibt es hier noch? Na, Anschlagebrett ansehen. Okay. Okay. Okay.